Wir heißen euch herzlich willkommen bei Super Pirate Battle Royale. BAM BAM BAM! Ja! ARGH! 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 Wir, das sind hier, also der Riwai, der Nordic Wolf, hier größer, der Fleckenbucket, hier. Und der Weizenfieber ist auch dabei. Das Beste kommt immer zum Schluss. Ja, natürlich. Also ihr seht, schöne Piratenschiffe, wir sind die... Ah ne, stimmt gar nicht. Ein Piratenschiff und eins von Dingens hier, von England. Von England, ja. Und der Fleckenbucket und ich, wir sind die Piraten. Ziel ist es auf jeden Fall zu cheaten und die Kanonen da vorher schon zu beladen, Nordic. Scheiße, ich bin in die Kanonen reingefallen. Ich hab's überprobiert. Wieso versucht ihr immer zu... Warum hab ich immer... Ach, egal. Jetzt... Also, Ziel ist es, das andere Schiff zu treffen, die Kanonen zu zerstören, sodass die nichts mehr machen können. Ja. Und auf der Karte sieht man's ja, ähm, was man machen muss. Wir haben's schon mal davor so ein bisschen gespielt, wir kennen uns schon ein wenig aus... Er ist der Einzige. Stimmt gar nicht. Genau. Er hat uns vor vier Sekunden gesagt, dass wir aufnehmen. Er hat uns noch nicht mal die Kanonen erklärt. Er hat gesagt, rot vor grau. Ja, also, ähm... Ja, genau. Ja, genau. Loslegen, oder? Ich muss auch nicht sagen, ne? Drei! 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 Fünf! Drei! 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 Los! Oh Gott! Ach, ich bin so doof. Ah... Kann ich schon? Haha, ja. Los gehts. Ge- ... gehts schon? Ja, jetzt los. Der beschießt uns hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh suo priorities! Oh, das, na, schade. Das war, das war knapp. Das sah gut aus. Oh. B authentication. Im Hintergrund ist glaube ich jetzt mein Hund jetzt wieder mit drauf hier. Ja, like a dog. Like a ronja. Wieso treffe ich Nivas? Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Ey, mach doch nicht! Oh, ich habe Weizen aus dem Gebrach. Boah, das war voll der Headshot, ey. Riva, ich habe Weizen gefüllt. Oh, das war viel zu hoch. Viel zu hoch. Mal gucken, ob wir ihn nochmal treffen. Hey! Weizen? Ja, ich habe ein bisschen Wasser geatmet. Und so, so ähnlich. Jetzt schieße ich den Weizen direkt ab. Oh, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ey, wisst ihr, warte, ey. Habt ihr was gegen mich? Du stehst halt immer da, wo, 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 wo wir hinschießen. Wo, wo. Aber warum schießt ihr denn auf uns? Wir haben euch nichts getan. Ey, wir sind die Piraten. Ihr habt aber einen flechten R-Akzent. R-Akzent. Oh, das ist, das war, das war. Wir R-A-R sind R-A-R, die R. Ey, der Knopf fehlt. Dann ist es kaputt. Ey, der Knopf fehlt. Ja, das war wahrscheinlich ich, als ich Weizen überbracht habe. Der Schieß Knopf fehlt. Das ist genauso, wie es dann, äh, habe ich gegen Eric gespielt und dann habe ich nur einen Repeater getroffen. Wieder Weizen getroffen. Meine Fresse. Hallo, auf Weizen. Nein, komm, ich mach mal nicht so voll. Wie hat denn hier das zugemacht? Kann doch nur hier der Nodic gewesen sein. Und du, bei mir leckst es gar nicht. Oh, 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 das war ein böser Treffer. Nein. Mal gucken, ob ich es nochmal hinkriege. Da ist nämlich, oh, oh, das war knapp. Und den Critical Bonus bekommt ihr, wenn ihr eine beladene Kanone trifft. So, wir müssen, wir müssen noch erwähnen, ich spiele die Map zum zweiten Mal und gestern Abend hat der Eric und, äh, der Riva... Hat der mein Kanönchen kaputt gemacht. Echt? Da vorne, die Kanone ist kaputt. Oh. Der, äh, was, was wolltest du sagen? Was ihr gestern den ganzen Tag gespielt habt. Den ganzen Tag, vielleicht eine halbe Stunde. Ich wollte gerade eben sagen, das haben wir gestern Abend mal, oder heute Nacht mal kurz gespielt. Ja, heute um fünf oder... Ne, um drei oder so. Um fünf, ey. Oh, das war ein nicer Sache, ey. Warum sind die ja alles auseinander? Wir machen euch fertig! Äh... Nein! Für die Piraten! Scheiße! Deutschland! Weiß nicht, dass du das getan hast, was ich denke, dass du getan hast. Ähm... 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 Oh, der, der, der war schön. Oh! Wow! Nein! Ja, ihr Homo! Meine Kanone funktioniert noch. Ja, ich weiß einfach mal die anderen beiden... Was denn? Ich hab... Eine, zwei Worte von mir zerstört und bei der anderen war ich zu doof zum Kacken. Da nehm ich zu. Riva, unsere ganz links ist... unsere ganz recht ist kaputt gegangen. Ja, ja. Oh, nice! Ja! Wow! Das war ein Schildertreffer, übrigens. Nein, du gehst... Du gehst auf deine Seite. Ich hab... Ich hab... Ja, für euch, ich will den sehen, schreibe ich dich an, der lädt und ich schreibe. Äh... Funktioniert noch ne Kanone bei euch? Äh... Ja, warte... Ja, 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 oh, ja, oh, oh, ja. Ja, links! Wenn dir nicht ein Knöppchen fehlen würde, dann ja. Das scheinste, hab ich abgebaut. Ja, dann setz den Knopf halt wieder hin. Aber ich hab noch ein Knöppchen in der Tasche. So, jetzt kriegt der jetzt auf die Fresse. Ich glaub, jetzt tut sie nicht mehr, oder? Man sieht's nicht, man sieht's nicht, man weiß es noch nicht genau. Die tut noch. Gibt's ja nicht. Doch. Bei Roller. Äh, das war jetzt Schleichwerbung, scheiße. Gut, das wird zensiert. Ja, doch bei die. Bei Poco-Domäne. Ja, mach den Ding mit eurem Schleichwerbung-Misstier her. Wurde nicht, hab bezahlt, damit ich jetzt hier offiziell... Klar und clever kaufen, bei BIEP! Hört mal auf, bitte. Oh, BIEP! Perk-Sverber ist das. Genau, du belätst unten, ich belad' oben. Habt ihr nur noch eine? Los, mach! Jo, lo! kann man die Dinger nicht lenken ich habe auch mal was wir können nicht mehr treffen weil guck mal dies putz ja jetzt war getroffen die denn hier mein Maschinen hier Weizen komm her wir gucken die Sonnenuntergang an und ich bin auch so hoch auf ja in Sonnenuntergang Prozent da nichts getroffen nix könnt ihr nicht soll ich machen wir machen jetzt wieder fliegende war das der Fliegelhollander der auf der Kanone geritten ist oder war das Fliegelhollander es war aber nicht auf der Kanone geritten das war auf der Kanone Kugel oder naja manche wir haben noch drei Kanonen Rieber breit äh ja Feuer frei wo wollt ihr euch denn abschießen NEIN MEIN was hast du gemacht sie haben ihre letzte Kanone in die Luft gejagt ja was soll man dazu sagen ich würde sagen wir haben gewonnen wir gucken uns das mal an haben wir einen getroffen ja eine Kanone ist kaputt die habt ihr schön zerstört aber der Rest naja ist nicht zu geil warte mal man kann ja mal kurz gucken kurz mal rum fliegen hier ja ich würde sagen unser Schiff sieht relativ gut aus noch und äh gucken wir mal hier drüben den Schweizer Käse an die Kanone sieht aber noch intakt aus weiß auch nicht ja da fehlen die Knöpfchen da fehlen die Knöpfchen na gut ähm dann würde ich sagen ne wir müssen das auch mit großem Knall beenden das Video ähm ich spring mal vom Boot warum zündest du das schon alter ja was ist kaputt mit dir was ist wrong with you was ist wrong with you so ich dachte ich würde sagen wir haben eiskalt Bonn ja sagst du doch dein Mutter ja 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 gut dass ich hier keine Rechte habe kein GM geben kann warum was wollt ich machen durch jetzt auch mit euer Schiff anzünden so ich würde sagen äh unentschieden eine Kanone geht noch was wo mal gucken ob die noch geht die denn noch steht welche von links bei uns ne äh die hat er zerstört echt ah aber aber du kannst okay ja gut dann äh würde ich nein jetzt lässt das Feuer super ne ähm also dann würde ich sagen ladet euch die Map runter spielt es selber habt Spaß damit und äh ja und jetzt gibt es einen Trickshot ja ich ja ich ja 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 ich Vielen Dank.